Hallo und herzlich willkommen zur Diashow, denn wir machen heute wieder Gefahr im Wald. Gefahr im Wald kann man immer ganz wunderbar, gerade die kürzeren Beiträge als Diashow machen, denn da muss man mich nicht unbedingt zusehen. Ich bin nämlich der Ben und das da, das ist die Hirschlausfliege. Die Hirschlausfliege ist viel weniger sympathisch als ich, denn ich sauge meistens kein Blut, die Hirschlausfliege schon. So, und das ist schon mal der wesentliche Knackpunkt bei dem Vieh, weil sie eben Blut saugt, ist sie nicht unbedingt besonders beliebt und außerdem kann sie möglicherweise Krankheiten übertragen. Und selbst wenn sie das nicht kann, dann hinterlässt sie doch in jedem Fall ein juckendes Loch, nachdem sie mit dem Blutsaugen fertig ist und wenn man sich dann kratzt, dann kann man Dreck ins Loch kriegen und davon wiederum kann man theoretisch auch wieder krank werden. Also daher so ein gewisses Gefahr im Wald? So genau geklärt ist das nämlich noch gar nicht und damit wollen wir uns ein bisschen auseinandersetzen und fangen am Anfang an und der Anfang lautet, was ist eigentlich eine Fliege? Das da ist eine Stubenfliege. Habe ich dreist bei Wikipedia geklaut, man sieht es, unten steht, wem die Rechte daran gehören und nur damit da keine Verwirrung aufkommt. So, eine Fliege ist ein ziemlich normales Durchschnittsinsekt, wenn man das überhaupt so sagen darf. Darf man natürlich eigentlich nicht, machen wir es aber trotzdem. Zeichnet sich durch kaum irgendwelche super sensationellen Besonderheiten aus, die keine andere Insektengruppe hätte. Es gibt innerhalb der Fliegen auch verschiedene Familien von Fliegen, die sich dann nochmal in eine bestimmte Richtung spezialisiert haben, aber sie sind ziemliche Basisinsekten, wenn man so will. Sie bestehen aus einem Kopf, hier links, A, einem Oberkörper, Thorax genannt, B, und einem Abdomen, C. Die Besonderheit bei Insekten besteht immer daran, dass sie grundsätzlich sechs Beine haben und die befinden sich immer am Thorax. Am Abdomen ist nichts mehr. Das Abdomen enthält allerdings einen Großteil der Verdauungsorgane und auch der Exkretionsorgane in vielen Fällen, auch die Geschlechtsorgane, während eben die Energieversorgung weitestgehend, beziehungsweise die Muskeln für sowohl Flügel als auch Flug sich in B, im Thorax befinden. Der Kopf ist dann selbstverständlich zur Wahrnehmung der Umgebung und zur Aufnahme von Nahrung, beziehungsweise gegebenenfalls Verteidigung gegenüber Feinden gedacht, dadurch, dass da die Mundwerkzeuge anhängen. Fliegen haben im Gegensatz zu vielen anderen Insekten dann doch die herausragende Besonderheit, dass sie kaum Antennen und sogenannte Fühler besitzen und was das angeht ein bisschen unterausgestattet sind. Sie zählen aber zu den besten Fliegern, die die Insektenwelt so zu bieten hat und fast jede Fliege, drum heißt die auch so, kann auch fliegen. Fast. Wir werden gleich noch ein paar Beispiele für welche sehen, die das nicht können. So, und dann muss man noch sagen, Fliegen sind eine von zwei tatsächlich in der Gruppe der Zweiflügler vorkommenden Kategorien. Ja, also Zweiflügler gibt es einmal die Fliege und einmal die Mücke. Und mit den Fliegen beschäftigen wir uns jetzt ja näher und eben der namensgebende Begriff für die Zweiflügler, wer hätte es vermutet, die haben nur zwei Flügel. Dazu muss man noch kurz wissen, normalerweise haben Insekten immer vier Flügel. Wenn sie nicht vier Flügel haben, dann haben sie die aus irgendwelchen Gründen zurückgebildet, meistens um irgendwas anderes draus zu machen, was da möglicherweise hilfreich sein könnte. Das ist sowohl bei den Mücken als auch bei den Fliegen, bei den Zweiflüglern also generell meistens folgendes Teil. Nämlich dieses komische Teil, was sich hier hinter dem rechten Flügel befindet, also unterhalb im Bild. Das nennt man Haltere, beziehungsweise eine Haltere, zwei Haltären. Und die sind selten gut sichtbar, aber in diesem Fall jetzt mal schon. Das ist übrigens eine Mücke, also auch ein Zweiflügler, aber keine Fliege, ja, der Vollständigkeit halber. Und so eine Haltere, die die meisten Fliegen auch irgendwo haben, nicht alle, aber die meisten, ist so eine Art, ja, Geschwindigkeitsdrehungsbeschleunigungsmesser. Die wackelt nämlich mit, wenn die Flügel wackeln und misst mit verschiedenen Sensoren, die daran angebracht sind, also Sinneszellen, die Dinge wahrnehmen, wie die aktuelle Geschwindigkeitsdrehung und so weiter und so fort gerade aussieht. Und das ist extrem hilfreich, wenn man zum Beispiel als Fliege oder als Mücke an der Decke landen möchte und dafür einen krassen Looping fliegen will. Solche extremen Flughunststücke, die wirklich auch selten gefilmt wurden und schwer nachzuvollziehen sind, wie das überhaupt funktioniert, sind vermutlich mit Hilfe von diesem Organ da möglich. Weshalb es also ganz sinnvoll sein kann, auf zwei Flügel zu verzichten und dafür dann erweiterte, ja, akrobatische Wahrnehmung zu bekommen, sozusagen. Ja, nur damit wir das auch nochmal kurz angesprochen haben. Also soviel zur Frage, wo ist der zweite Flügel hin? Aber jetzt zurück zu unserer Lausfliege, Entschuldigung. Also, was treibt jetzt so eine Lausfliege? Hier jetzt nochmal die Hirschlausfliege den ganzen Tag. Ja, vorzugsweise fliegt sie irgendwo in der Gegend rum. Also sofern sie sich bereits in einem ausgewachsenen Stadium, also imago ist das der Fachwort für geschlechtsreifes Tier, sich befindet, fliegt sie in der Gegend rum und sucht Beute. So, im Fall der Hirschlausfliege, was wird sie da wohl suchen? Wahrscheinlich einen Hirsch. Wenn sie den findet, super. Sie nimmt jede Art von Hirschartigem, das ist egal, ob das ein Rothirsch, ein Reh, ein Elch, ein Dammwild, also Dammhirsch. Ist egal, ne? Also irgendein Hirsch, Wildschweine werden auch gern genommen, Dachse werden gern genommen. Das sind auf jeden Fall Tiere, an denen man diese Viecher relativ häufig findet. Sie nimmt übrigens theoretisch auch mal einen Mensch, deswegen machen wir den ganzen Spaß hier, ja. So, und den sucht sie, also diesen Wirt, den findet sie dann, landet da drauf, hoffentlich erfolgreich, also hoffentlich für die Fliege, dockt an, sozusagen, piekt mal rein und checkt mal, ob da nennenswert was zu holen ist, nämlich Blut. Die saugschließung ergreifend Blut ist damit ein sogenannter Ektoparasit, kein Endoparasit. Das können wir kurz unterscheiden. Ein Ektoparasit hockt außen drauf und parasitiert. Ein Endoparasit, der hockt innen drin und parasitiert. Das heißt, die Endoparasiten sind erheblich widerlicher, ne, als die Ektoparasiten. So, der Saugvorgang dauert relativ lange, darum, das kann man hier schön sehen, sind die Viecher so stabil aufgebaut. Weil, während die dann am Saugen sind, das ist unterschiedlich, je nach Art von Lausfliege, entweder kommen sie an am Wirt, wissen, sie sind angekommen, brechen ihre Flügel ab und fangen an anzudocken. Ja, die brechen sich wirklich aktiv die Flügel ab. Ähm, Variante 2, sie fangen erst an zu saugen und erst wenn das erfolgreich läuft, brechen sie ihre Flügel ab und sind nicht mehr flugfähig. Oder Variante 3, sie brechen ihre Flügel gar nicht ab. Oder noch, da gibt es noch theoretisch Variante Nummer 4, sie haben überhaupt keine Flügel. Je nachdem, welche Art von Lausfliege wir beobachten. Hier zum Beispiel wunderbar zu sehen, da sind die Flügel bereits abgebrochen. Diese Fliege befindet sich also im Saugestadium und möchte hier jetzt gerade loslegen, sozusagen, beziehungsweise hat losgelegt. Die hier ist natürlich tot, weil anders kann man die schlecht fotografieren. Auffällig sind die dicken Oberarme, das ist so ein bisschen so eine Schwarzeneggerfliege. Das liegt daran, dass sie eben aufgrund ihrer parasitären Lebensweise stark darauf angepasst sein muss, sich am Wirt massiv fast festzuhalten. Weshalb sie besonders dicke, besonders stabile Gliedmaßen besitzt, mit denen sie auch mit einer relativ hohen Kraft, und man sieht ja auch wunderbar die Krallen an den Vorderbeinen und eben entsprechender Bekrallung, sich massiv am Wirt festhalten kann. Und diese niedrige und kräftige Bauweise befähigt sie auch nicht so schnell abgestreift zu werden. Also einfach durch Reiben an Baum zum Beispiel einfach abgerieben zu werden. Oder im Fall von Wir hauen drauf, das machen wir ja gerne, wenn sowas angeflogen kommt, dann überlebt sie das in vielen Fällen, weil sie dadurch diese Bauweise sehr, sehr flach ist, sehr flach am Körper anliegt. Und die Chance, dass wir sie dann wirklich mit der flachen Hand überhaupt so erwischen, dass sie noch weiter zerquetscht wird, als sie ohnehin schon flach ist, ist relativ gering. Daher schwer kaputt zu kloppen. Alles Anpassungen eben an diese blutsaugende Lebensweise, die eben alle Lausfliegen gemeinsam haben. So, äh, Lebenszyklus. Die meisten Bilder sind übrigens ganz verschiedene Lausfliegen. Also es geht nicht nur um die Hirschlausfliege, sondern auch ein bisschen allgemein über die Lausfliegen. Die Hirschlausfliege ist aber die, die uns am wahrscheinlichsten begegnet, wenn wir im heimischen Wald unterwegs sind. Gut, jedenfalls so eine Lausfliege. Ja, wie gesagt, die kommt an, fängt jetzt an zu saugen und freut sich des Lebens. Und in dem Moment, wenn es ein Weibchen ist, kommt auch irgendwo nebendran ein Männchen, das ebenfalls am Wirt angekommen ist, vorbei. Und die Paarung findet in vielen Fällen schon während, während oder, ja, quasi in kurzer Unterbrechung des Saugevorgangs auf dem Wirt statt. So genau weiß man das bei den meisten von den Viechern teilweise sogar noch nicht mal unbedingt. So, und jetzt hat die also befruchtete Eier und muss Blut saugen, um die Eier zu versorgen. Und das Besondere bei den Lausfliegen ist jetzt, dass sie über Viviparie verfügen. Viviparie bedeutet lebend gebärend. Das gibt es für allen möglichen Spezies, auch bei Pflanzen sogar lustigerweise. Prominentestes Beispiel ist die Mangrove. Die wirft einen kompletten pflanzlichen Embryo, eine Jungpflanze sozusagen, ab. Und gar nicht erst einen Samen, der erst keimen muss und sich das Ganze erst entwickeln muss, sondern wirklich, die schmeißt eine fertige Jungpflanze nach unten ins, ja, im Grunde ins Wattenmeer. Nur, dass da halt eben kein klassisches Wattenmeer ist, sondern ein Mangrovenwald. Wäre bei uns auch, wenn wir nicht einen Winter hätten. Dann hätten wir auch einen Mangrovenwald statt ein Wattenmeer, in dem nichts wächst. Jedenfalls nichts pflanzliches. Egal. Jedenfalls, Viviparie bedeutet für diese Viecher einen enormen Energieaufwand, um ihre Eier, weil sie nämlich gar keine Eier legen, herzustellen. Die kackt sozusagen gleich einen Haufen Larven aus, um es mal deutlich zu machen. Und diese Haufen Larven, die sind bereits verpuppungsfähig. Das heißt, die müssen nur auf den Boden fallen, sich irgendwo in ein Medium reinkriechen, was da gerade verfügbar ist. Meistens wird es Erde sein. Da verpuppen und abwarten, bis dann wieder die fertige Fliege schlüpft. Das heißt, das überspringt, wie bei vielen anderen Insekten, diverse Larvenstadien, in denen die Larve erstmal schlüpft. Dann frisst, sich verpuppt, zum nächsten Larvenstadium metamorphiert. Wieder frisst, sich verpuppt, wieder zum nächsten Larvenstadium wird und immer so weiter. Bis dann irgendwann nach ein paar Larvenstadien, oft sind es drei, ein Imago bei rumkommt und die kann dann fliegen. Und die hat dann eigentlich im Prinzip nur noch eine Aufgabe, nämlich fortpflanzen und Eier legen. Und dann stirbt sie hinterher meistens. Das ist bei den Lausfliegen auch so. Nachdem die Eier gelegt haben, sind die fertig mit der Welt und sterben einfach. Ja, und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Und das ist eben auch hier so, aber eben mit der Besonderheit dieses Lebengebärens, dieser Vivi Paris, was eben die Überlebenschancen für die Jungfliegen sozusagen, für die Larven außerordentlich erhöht, weil die eben gar nicht in ihrem wurmartigen Zustand lange unterwegs sein müssen, sondern lediglich bloß noch einfach ein bisschen als Puppe rumliegen und warten, bis sie so weit ausdifferenziert sind, dass sie als Fliege loslegen können. Also ökologisch gesehen eine hocheffiziente Art und Weise der Fortpflanzung und das benötigt eben Blut. Weil Blut, was ist da so drin? Ja, eine Menge Eiweiß. Und woraus besteht so ein Insekt größtenteils? Eine Menge Eiweiß. Ja, das heißt, gibt man eben den jungen Larven für ihre Verpuppung bereits die Menge Eiweiß mit auf den Weg, die sie brauchen, um daraus quasi den späteren Insektenkörper förmen zu können, dann hat sich das weitere Nahrungsaufnehmen quasi schon erledigt. Wie gesagt, hocheffiziente Angelegenheit. So, und das bringt uns jetzt, abgesehen von einer gewissen Faszination für diese Viecher, hoffentlich zu dem Punkt, an dem wir uns jetzt fragen können, und sind die jetzt gefährlich? Warum laberst du so lange um den heißen Brei rum? Das da ist eine Bartonelie. Bartonelien, die sind, ich weiß nicht, ob ihm das so recht ist, nach dem Entdecker benannt. Der Entdecker war der peruanische Arzt und Mikrobiologe Alberto Leonardo Barton. Und, ja, jetzt ist so ein fieses, möglicherweise krankheitsauslösendes Bakterium nach ihm benannt. Vielleicht will man das auch als Bakteriologe gerne, dass die nach einem benannt werden. Soviel zur menschlichen Geschichte. Ansonsten, was machen die? Die befallen rote Blutkörperchen. Die können durch verschiedene Körperöffnungen theoretisch eindringen, aber vorzugsweise durch Verletzungen werden durch blutsaugende Insekten übertragen, unter anderem potenziell auch durch Mücken. Müssen jetzt nicht nur unsere Lausfliegen sein, aber fast alle. Also Lausfliegen können durchaus solche Bartonellen übertragen. Und dadurch, dass die im Prinzip bloß rote Blutkörperchen, bloß in Anführungszeichen rote Blutkörperchen befallen und man von denen relativ viele hat, können Infektionen mit dem Zeug recht schnell wieder abheilen. Da merkt man gar nicht, dass man infiziert gewesen ist. Gibt es doch eine schlimmere Entzündung von irgendwelchen Nerven, dass das Ganze also auf Nervengewebe übergeht. Das Schlimmste, was einem da passieren kann, ist eine Entzündung des Sehnervs, die sehr lange braucht, um abzuheilen. Dann hilft tatsächlich aber Antibiotikum, ein Antibiotikum oder Antibiotika, ist ja bekanntlich Plural, um dann eben entsprechend relativ gut wieder zu gesunden. Das ist also nichts unglaublich furchtbar Schlimmes. Haben wollen würde ich es aber trotzdem nicht. Die sind prinzipiell auch eben von der Hirschlausfliege übertragbar. Nur wissen wir nicht, in welchem Umfang das passiert. Dass man sie in der Hirschlausfliege findet, bedeutet ja nicht zwingend, dass die beim Stich auch übertragen werden. Und wenn ja, ist außerdem noch die Frage, wie viele davon. Wenn das nur ganz, ganz wenige sind, ist das Infektionsrisiko eben einfach außerordentlich gering. Bei unserer deutschen Hirschlausfliege handelt es sich im Übrigen wahrscheinlich um Bartonella Schönbuchiana oder so ähnlich. Moment, ich muss kurz nachlesen. Schönbuch Hensis. Der Schönbuch ist ein Waldgebiet südlich von Stuttgart. Das ist bestimmt kein Zufall. Ich habe da leider nichts Näheres zu gefunden. Aber wahrscheinlich hat man diesen speziellen Erreger unserer deutschen sozusagen Hirschlausfliege eben zum ersten Mal im schönen Buch nachgewiesen. So, das klingt jetzt alles nicht so lustig, aber klingt jetzt auch alles nicht so richtig, richtig schlimm. Tatsächlich ist es das auch wahrscheinlich nicht. Das heißt, bis zu diesem Punkt muss man das Fragezeichen hinter Gefahr im Wald wirklich auch als solches verstehen, dass die Bartonellose, die man sich da holen kann, ja, ich denke, das kann man weitestgehend ignorieren. Das ist ähnlich gefährlich, wie man hat sich irgendwo gekratzt und kriegt jetzt eben durch den Kratzer irgendeine kleine Infektion mit irgendeinem anderen Dreck, in Anführungszeichen, ab. Ja, also das, da kann man auf jeden Fall in Warnung geben. Aber es gibt da noch was anderes Lustiges und das gucken wir uns jetzt an. So, diese lustigen kleinen rosa Würmchen hier, die nennt man, Moment, Trypanosomen. Da muss ich auch nachlesen, beziehungsweise ablesen. Trypanosomen, haben wir jetzt gehört, reicht jetzt wieder. Das sind eukaryontische Parasiten, eukaryontische Einzeller, auch Geißeltierchen genannt oder Bohrkörperchen oder Bohrköpfchen. Das weiß ich nicht genau, was davon jetzt exakt der Name eigentlich gewesen ist. Aber wenn man das normal Trypanosomen übersetzen würde, dann kommt man wahrscheinlich auf sowas ähnliches wie Bohrkörper. Die sehen so aus, als könnten die sich mit dem Kopf quasi irgendwo reinbohren, dann durch ihren Schwanz, also das nicht dicke Ende. Was da zu sehen ist, eben quasi Schub holen, um sie dann irgendwo durchzudringen. Das tun die nicht wirklich, beziehungsweise tun sie schon, aber nur in ganz, ganz weiche Materialien. Also wirklich bohren kann man da nicht sagen. Aber sie sehen halt so aus und das hat vor allem die ersten Entdecker, die das Vieh unter dem Mikroskop gesehen haben, eben ein bisschen inspiriert. So, jetzt sind die eukaryotisch. Warum ist das jetzt wichtig? Naja, eukaryotisch, das sind bessere Zellen, die guten Zellen sozusagen, die evolutionsbiologisch höher entwickelten Zellen. Und das Problem ist, daraus besteht jedes Tier, inklusive wir, logischerweise. So, und jetzt muss man wissen, ein Antibiotikum, was wir ja bei vielen bakteriellen Erkrankungen einfach mal eben fressen können, funktioniert deswegen, weil das Bakterien killt. Und Bakterien sind Prokarionten, das heißt, die sind primitivere Zellen, haben Strukturen, die eukaryoten gar nicht mehr haben. Und wenn man jetzt also ein Gift nimmt, sozusagen, das nur bakterielle Strukturen zerstört, dann kann uns das egal sein, weil wir sind ja keine Bakterien. Nehmen wir jetzt aber zum Beispiel ein Antibiotikum, nee, ein Antieukaryotikum sozusagen, gegen eukaryontische Zellen, dann killen wir zwar damit auch diese freundlichen Würmer hier, aber, also es sind keine Würmer, es sind Einzeller, ne? Ähm, aber wir killen damit eben genauso gut auch uns selbst und das macht die jetzt perfide, weil die wird man eben nicht so schnell wieder los, wenn man sie dann mal hat. Und die können verschiedene Infektionskrankheiten auslösen, ähm, man weiß noch nicht genau inwiefern die beim Menschen eigentlich gefährlich sind. Die meisten sind harmlos, davon gibt es ganz, ganz viele, ähm, aber, ja, möglicherweise könnte der eine oder andere dabei sein, der dann doch noch was Schlimmeres auslöst. Und da ist sich die Forschung noch ein wenig uneins. So, jetzt die Frage, wo kommen die her? Stecken die jetzt in unserer, äh, Hirschlausfliege? Nö, äh, beziehungsweise schon, aber die werden nicht per Stich übertragen, sondern, äh, die nutzen die Hirschlausfliege als Vektor, sozusagen, also als Zwischenwert, äh, wollen gerne bitte in irgendeinen Eukaryonten, also ein größeres Tier, äh, eine Kuh, einen Hirsch, äh, einen Dachs. Sucht euch was aus, theoretisch auch ein Mensch und leben in diesem dann einfach von, letztendlich Körperflüssigkeiten, das darf alle mögliche Körperflüssigkeit sein, Blut selbstverständlich, Hirnflüssigkeit, Rückenmarksflüssigkeit, ist beides dasselbe, äh, und so weiter, ne. Also verschiedene nährstoffhaltige Lymphe, äh, nährstoffhaltige Flüssigkeiten, die bei uns so unterwegs sind und können dann eben darüber, dass sie dadurch wachsen, sich vermehren, Zellteilung machen und werden von uns abgegeben. Hoffentlich dann unser Kot letztendlich wieder von einer Fliege befallen, möglicherweise von Fliegenlarven, dann landen sie wieder in der Fliege, die Fliege fliegt irgendwo hin, die Fliege sticht im Idealfall sogar jemanden, ähm, durch den Stich, wie gesagt, werden sie nicht übertragen im Regelfall, aber die Fliege muss ja auch mal, macht ein Häufchen quasi neben den Einstich, der Einstich spätestens, wenn die Fliege wieder weg ist, juckt dann, wir kratzen uns, reiben den Fliegendreck in die Stichstelle und in dem Moment ist unser Bohrköpflein, Bohrkörper, äh, dann auch bei uns drin und dann haben wir den Salat, ja. So, und das ist jetzt eben die Gefahr, in Anführungszeichen, die von der Hirschlausfliege ausgeht, die wahrscheinlich ein bisschen schlimmer einzuordnen ist, als, äh, die, 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 die Teile von eben, von denen ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißen, ist peinlich, ne, aber ihr wahrscheinlich auch, von daher. Oh je, oh je, ähm, ja, die hier können potenziell wirklich erheblich schlimmere Krankheiten verursachen. Man muss sich in solchen Situationen auch immer ein bisschen Sorgen machen, gerade seit es Zoonosen gibt, ob da nicht eventuell auch ein neuer Krankheitserreger eben auf diesem Wege übertragen werden kann oder irgendeine, äh, solcher Bohrkörper, äh, uns befallen kann, den es bisher noch gar nicht gab, der jetzt plötzlich für den Humanpathogen erst geworden ist. So passiert ja auch mit einer ganz fiesen, bösen anderen Krankheit, deren Name ich nicht nennen möchte, die aber omnipräsent ist, wir wissen, was gemeint ist, ne. Ähm, und das ist also auch nochmal mit so ein Thema, dass man eben nicht so genau weiß, inwiefern so eine Lausfliege generell, äh, noch ein Problem werden kann, ne. Aber mögliche Krankheiten, die eben durch Trypanosomen übertragen werden, ist zum Beispiel die afrikanische Schlafkrankheit oder bei Hunden die Sura, ähm, zum Beispiel bei Hunden, das ist auch eine Parasitose, die ziemlich böse enden kann. Und, ja, die kann man ja mal googeln, da muss ich jetzt nicht allzu weit noch ins Detail gehen. So, aber hier nochmal wichtig, die Infektion findet statt durch das Kratzen, durch das Verreiben von den Viechern sozusagen in die Wunde. Wenn man da also vermeiden kann, großartig ran rumzukratzen, wäre immer eine gute Idee. Drum soll man auch generell, nochmal ein kleiner Tipp, generell fürs Leben, aufkratzen von Insektenstichen vermeiden, weil dadurch dann, nachdem man da auch ordentlich dreckig geworden ist, grundsätzlich immer eine Infektion mit allem Möglichen stattfinden kann. Abgesehen von den ganzen Krankheitserregern, die man sowieso auf der Haut mit sich herumschleppt, äh, können da eben noch irgendwelche deutlich Aggressiveren, eben durch den, den Stich verursachenden, äh, Besucher weiter zusätzlich übertragen werden. So, so, und wer sich jetzt zwar berechtigtermaßen viel schlauer fühlt, aber trotzdem noch nicht so genau weiß, was er jetzt mit diesem Wissen anfangen soll, habe ich hier nochmal zusammengefasst, was tun, wenn die Hirschlausfliege kommt, ha, also, zunächst mal, Hirschlausfliegen suchen ihre Beute wahrscheinlich optisch, äh, insbesondere die Hirschlausfliege. Man kann nämlich innerhalb der Lausfliegen feststellen, dass immer die, die sehr flugaktiv sind, da gehört die Hirschlausfliege dazu, äh, sehr große Augen haben. Es gibt also eine Korrelation zwischen Mobilität und Augengröße, während wiederum die Fliegen, die gar nicht, also die Lausfliegen, die gar nicht fliegen, so gut wie gar keine Augen haben. Das ist also verdächtig. Das heißt, wenn die optisch nach uns sucht, dann sollten wir versuchen, nicht so auszusehen, wie ihre typischen Beutetiere, beziehungsweise ihre typischen Wirte, genau genommen Beute macht die ja nicht, die ist ja parasitisch, äh, und die haben alle dunkles Fell, braun bis schwarz, irgendwo so in dem Bereich eingeordnet, ja. Eine Ausnahme der weißen Stellen beim Dachs, die sind es natürlich nicht, vielleicht landen sie dann eher in den schwarzen, das könnte man mal wunderbar untersuchen, wäre spannend, dann wüsste man auch, ob weiße Klamotten helfen. Momentan gibt es aber die Vermutung, dass tatsächlich weiße, beziehungsweise helle Kleidung, ähm, einen für die Hirschlausfliege weniger attraktiv macht. Dunkle, schwarze, braune Kleidung hingegen mehr, äh, attraktiv. So, im Gegensatz zu bei Mücken, die uns riechen können, da hilft es nämlich, wenn man stinkt, und zwar nach irgendwas, was die Mücke nicht mit uns in Verbindung bringt, hilft es bei der Hirschlausfliege wahrscheinlich nicht, wenn man stinkt, nach irgendwas, was die Hirschlausfliege nicht kennt, weil die haben eben nur unterausgestattete Chemosensorik, ne, steht da oben irgendwo, das heißt, die riechen uns wahrscheinlich eh nicht groß und drum eine Geruhstarnung nicht unbedingt notwendig. D-E-E-T ist ein ganz beliebtes Antimückenmittel, ist auch so ziemlich das stärkste Antimückenmittel, das es gibt. Das ist eigentlich ein Kontaktinsektizid, heißt, die Mücke setzt sich auf uns drauf, atmet, deht ein und fällt tot um. Das sollte de facto eigentlich auch gegen die Hirschlausfliege wirksam sein, sollte. Da gibt es zu wenig Erfahrungswerte, um das unbedingt bestätigen zu können, aber ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren, wenn ihr häufig mit den Viechern zu tun habt. Wenn es hilft, schreibt mir eine Mail. Das wäre super, würde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Mückennetze helfen selbstverständlich auch in jeder Form. Kopfnetz, ein Ganzkörpernetz, ein Netz zum drunter schlafen, irgend sowas in die Richtung, ein Zelt, klar. Wenn es juckt, nicht kratzen. Warum? Naja, in die offene Wunde kann dann eben dieser lustige Wurm von vorhin gelangen und wahrscheinlich kann man wegrennen. Das ist jetzt lustig gemeint, ist auch lustig, aber ist auch tatsächlich die Realität. Die haben nämlich eher einen kleinen Suchradius, die Viecher, und haben nicht so viele Nachkommen. Eben dadurch, dass es sehr aufwendig ist, diese Vivi Paris durchzuführen, hatten wir auch drüber gesprochen. Drum dürfte die Dichte an Hirschlausfliege nicht so gigantisch groß sein. Das heißt, es gibt mal hier und da eine Gruppe von denen, und wenn man sich von der weit genug entfernt, dann müssten die auch wieder fertig sein. Das ist so ähnlich wie mit der Pferdebremse. Diese Pferdebremsen haben auch meistens zumindest gewisse Reviere, in denen sind sie. Und wenn man dann, weiß ich nicht, 500 Meter weiterläuft, dann sind plötzlich wieder keine mehr da. Das heißt, die sind immer lokal begrenzt. Und wahrscheinlich ist das bei der Hirschlausfliege auch so. So, das heißt, wegrennen hilft tatsächlich. So, und wenn ihr wegrennt, dann bitte nicht zu mir. Danke. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr ein bisschen was gelernt. Wenn nicht, hat er die hoffentlich erquickliche 25 Minuten. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und tschüss. Grüßt mir die Fliege.